So, 858 Kilometer noch vor uns, wir fahren mit Top Speed über die Autobahn, wieder in der Folge machen wir ein High Speed Rennen, weil unser LKW kaputt ist und mir das so nicht gefällt so zum fahren und es macht auch absolut keinen Spaß, wenn ich keine Anzeigen habe mit dem LKW und ich will aber so fahren, deswegen möchte ich jetzt diese Reise mal behalten, dann starte ich mal neu und dann werden wir mal schauen, ob es da noch immer ist. Wir fahren auf jeden Fall Vollspeed gerade, mit der Haas 130 geht es eh nicht. Gut. Ich weiß nicht, ob ich das nicht verletzt habe, ich weiß nicht, ob ich das nicht verletzt habe. Ja, okay. Ja, okay. Kann natürlich sein, dass der LKW jetzt kaputt ist, wirklich. Also, das ist ein Anzeigefehler oder keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht. Ich hoffe, er ist danach besser. Soll ich vielleicht den LKW wechseln? Dann fahre ich mit von einem anderen LKW. Ja, schade, um gerade mal einen Mercedes. Oh, was sollen wir machen? Ohne Anzeigen, wie ich losworte. Wir haben dann fast eine Stunde schon eingespart. Ach, die Hase, hä? Ja? Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, erste polnische Mautstelle. So lange er nicht geht. Das interessiert mich absolut nicht mit dem Premium. So lange er nicht mehr so gut. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Das wird teuer. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Das hat uns bezahlen. Das ist so typisch. 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 300 Kilometer noch. Das ist so typisch. 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 Ja. Die wollen mich in Heven bringen, ich sehe das. Die wollen mich in Heven bringen. Das sind alle Farben der Bildschirme. Ich sehe das. 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 Ich sehe das Skal. Ich sehe das. Ich weiß nicht, ob ich es schüttelt. Aber ich weiß nicht. Gleich sind wir in Danzing. Dann ist dieser Spuk mehr vorbei, Gott sei Dank, in zwei Folgen abgepackt. Ich erinnere mich, wie komisch wird, weil es da auch ist, wir spulen, ein bisschen Anzahleprobleme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es läuft gar nichts mehr, jetzt bin ich so gefrustert, muss ich ehrlich sagen, auch von mir selbst natürlich, was ich da jetzt 20.000 einfach so ins Hand gesetzt habe, auch wenn ich natürlich jetzt wieder was kriege für die Lieferung. Vielleicht machen wir das wirklich mit so einer schnellen Reise dann irgendwo hin, wo wir einen guten Auftrag haben, den wir dann ordentlich fahren und fett Kohle machen dann wieder. Einmal so als Bewegung. Mitraten. So, dancing, erstmalig. So. 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 Bis zum nächsten Mal.